Na, jetzt läuft auch noch der Gaberl eh im Fernsehen, das brauch ich nicht. Da weiß ich mir am Samstagabend was besseres. Ich könnte zum Beispiel... Hm... Therme vereinfachen? Das ist eine gute Idee. Da hätten wir schon einmal die erste Aufgabe. Das sollte nicht so schwer sein, aber auf die einzige Falle, die da drinnen auftaucht, will ich gleich hinweisen. Wer sich also die binomischen Formeln gemerkt hat, die man ja immer und überall dabei hat, der weiß sofort, was da rauskommt. Nämlich erstes zum Quadrat, weil da Minus ist Minus, zweimal das erste Mal dem zweiten, also zweimal 5 ist 10ab, plus b². und das ist ja auch so eine binomische Formel, die kommt uns sehr bekannt vor. Wenn das da mit Minus und Plus ist, na dann haben wir ja das erste zum Quadrat minus das zweite zum Quadrat. Und da ist jetzt die Falle. Weil da steht nämlich ein Minus. Das heißt, das Minus und dann muss ich das zuerst einmal in Klammer setzen, dass mir da kein Fehler passiert. Und wenn ich jetzt die Klammer auflöse, dann geht dir das Spiel folgendermaßen, ich lasse das Minus und die Klammern weg, dafür drehen sich innen drin alle Vorzeichen um. Aus dem Plus wird ein Minus und aus dem Minus wird ein Plus. Gut. Nächster Schritt. Gleiches Zusammenfassen. 25a² minus 25a², das verschwindet. Minus 10ab haben wir. Plus b² plus b² sind plus 2b². Das geht aber noch weiter. Da kann ich nämlich was herausheben. Und 2 das sehen alle sofort, 2b. Dann bleibt mir da übrig minus 5a. plus b. Und das ist etwas, was ich als Mathematiker schon überhaupt nicht mag, wenn da als erstes da ein Minus da ist. Optisch schier, sage ich da immer. Dann tun wir das noch gescheit sortieren. Fertig ist die Geschichte. Na, dann machen wir gleich noch eins. Das bietet sich ja förmlich an. Wenn ich sowas sehe, Brüche, die addiert oder subtrahiert werden sollen, dann können wir uns erinnern, das funktioniert nur, wenn wir da einen gemeinsamen Nenner haben. Und der gemeinsame Nenner, den sieht man ja fast. Und wenn man es nicht sieht, dann macht man da ganz einfach mit dem KGV den gemeinsamen Nenner. Ich schreibe mir mal die einzelnen Thera-Meter auf. So. So sieht man natürlich noch nichts. Aber jetzt zerlege ich dir mal. Ich kann ja da beim ersten durchaus zwei herausheben. Dann entsteht das. Und wie wir schon beim vorigen Beispiel gesehen haben, das ist ja das Ergebnis einer binomischen Formel. Das war, weil da nur das Minus drinnen ist, und der Zweifachterm, der fällt da, also ist das das Klammer Plus, Klammer Minus. Da haben wir gesagt, das ist das Erste zum Quadrat Minus das Zweite, das Erste, Plus das Zweite. Und bei 2 haben wir den Zweier. KGV Naja, den Zweier mal A plus 6 mal A minus 6. So, und das müssen wir jetzt da einarbeiten. Das heißt, der gemeinsame Nenner ist einfach das 2 mal A plus 6 mal A minus 6. Naja, da habe ich A plus 2. Beim ersten ist der Teil, das was fällt, ist der Teil. Plus, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen, 4A, das war das Zweite. Das was fehlt, ist der Zweier. Minus, da habe ich den Zweier. Das was fehlt, ist das A plus 6 mal A minus 6. Einmal A plus 6 A minus 6. So, jetzt bleibt uns da wahrscheinlich nichts anderes übrig, als das einfach mal auszurechnen. Ich nenne das einfach ab, bevor ich da lang herum schreibe. Jetzt kann man mal da ein bisschen zuschauen, ob ich da einen Fehler mache jetzt beim Rechnen. und da wieder, weil da das Minus ist, die Klammer nicht vergessen. Und das haben wir ja schon gehabt, das war A Quadrat minus 36. Klammer auflösen. Ach, das hätte ich schon zusammenfassen können, jetzt auch, aber mein Gott, nein, wer schreibt halt gern. Minus und Klammern weg, aus dem Plus wird der Minus, aus dem Minus wird der Plus. So, aber jetzt A Quadrat minus A Quadrat ist weg. Minus 6 A plus 2 A ist minus 4 A plus 8 A ist plus 4 A Minus 12 plus 36 da haben wir plus 24. Ach, das ist jetzt gar ein bisschen lang da worden. Normalerweise hole ich da jetzt ein Tickso, Äh, normalerweise hole ich da jetzt ein Tippex. Aber geht schon. Jetzt rücken wir das gerade ein bisschen da hinauf. Also, da sehe ich aber schon, da kann ich noch was rausheben, gell? Wie wäre es, wenn ich den 4 A raushebe? und unten habe ich, ja, da geht ja das Kürzen noch weiter. Ich kann ja da das kürzen und ich kann da das kürzen. Dann bleibt mir letztendlich übrig. Zack, und schon haben wir es vereinfacht. Ja, da könnte ich doch gleich noch so eine Übung machen zu GGD und KGV. Wie ist denn das gegangen? Wenn ich da den Ausdruck habe, dann muss ich mir das so zerlegen, wie man das gerade vorher gemacht hat. Als erstes fällt mir auf, es ist überall ein B drinnen. Dann hebe ich halt das B da heraus. Dann bleibt mir da noch übrig. A Quadrat und spätestens jetzt fällt mir auf, dass das doch eine binomische Formel ist. Ha, B mal, das war das mit dem Minus, also steht da in der Mitte ein Minus, das erste zum Quadrat, das zweite zum Quadrat. Ja, also das zum Quadrat kommt das raus. Und das ist ja nichts anderes, als wir A minus 2B mal A minus 2B. Dann habe ich den zweiten Ausdruck. da sehe ich A kommt in beide vor, B kommt in beide vor, und wenn ich das heraushebe, dann bleibt mir beim ersten übrig A minus 2B. Also das ist das eine Ergebnis, das ist das andere Ergebnis. Na und wenn ich dann sage, ich möchte das KGV bilden, dann ist das A B A minus 2B A minus 2B und GGD, das ist ja das, was überall vorkommt, da hätten wir das B und A minus 2B. fertig. ... ... ... ... Vielen Dank.